Hallo, hallo und willkommen zurück zu WoW Legion, ja in der letzten Folge haben wir erfolglos das Ticket auf Mystisch gemacht und konnten unser Quest-Item nicht looten, dann haben wir da am Ende mal noch ein Ticket geschrieben, schauen wir mal ob da was passiert oder ob die sagen, tja Pech, ne musste halt warten bis ID Reset und so, weil wir natürlich nicht so dufte, aber ja, ist halt bescheuert, ne, dass die einen Quest-Item in einem, ja, ID-Logout drin haben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann So, ich würde sagen, wenn die Hero schnell läuft, würde ich noch gerne ICC rennen mit Moon So, 15 Minuten, da könnten wir, glaube ich, eigentlich eher erst nach ICC gehen, schaffen wir vielleicht in der Zeit, wobei 15 Minuten ein bisschen knapp ist Mal den 110er da testen, weil ich eh noch das Moped von dort brauche So, dann können wir schon ein Aufgabenteil abgeben So Piu Oh, hallo Nein, Gott verdammt Wahrscheinlichkeit wird es nicht leicht, weil man das Gebräu anzuluxen, abzuluxen, aber ein Gut gemacht Magie wird er herzbeschätzt Ja So, okay, gut, dann würde ich sagen, teleportiere ich mich mal nach, äh, Alte Dalaran, also, Nordend Dalaran Hm Wann, was ist das richtig? Ja, Gegenstandstufe 200, ja So Ähm So, dann regnen wir um, switchen, so, jetzt will ich mal gucken Wenn ich jetzt Äh, wo ist der hin? Okay, er wechselt auch den richtigen wieder aus, okay, alles klar So So Mal gleich noch das Inventarien ein bisschen ausleeren Boah, ist das euphorisch Interessant, mal wieder im Alten Dalaran zu sein So, leer und ruhig Keiner gäng Oh, halt du nicht Keine Ganker in der Kanalisation Einfach nur schön So Oh, hallo So Du kannst ja dann da oben rein, oh, da haben wir doch noch Warte mal, machen wir den, den Köder da lieber rein Schrott da, du kommst hier unten hin Kommst da mit hin, weil du ein Köder bist Dann machen wir das, dann machen wir das so 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 Wie sieht's aus? 16 Minuten, Countdown geht hoch Ich bin echt mal gespannt Hier mit dem anderen Plan, den ich hier gefunden hab, bei nem Fisch Oh, wie viel Schlagpfeilern, die könnte ich bauen Haben wir dafür noch einen Mats? Was fehlt? Achso, den Chaos Blaster, müsste ich welche kaufen Flachzugschwierigkeitsgrad 25? 25? 25hc So muss das Wieso haben Melee Selfie? What? Nicht genug Die haben nicht genug Selfie Hm Oh, hier mal Turbo Wo? Oh no! Wie terrible! Wie terrible! Und wieder! Goddammit Blizzard! Goddammit! Anfang und das Ende! Meisters betreten! Indeed! No one but I am! Oh! Wuch! 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 0,03 Sekunden! Ja, das ist doch eine interessante Zeit! Mein alter Rekord war 8,25 Sekunden! Hm... Joach, ne? Dann könnte man ihn theoretisch, glaub ich, auch mit dem... mit dem hier Dings hier... Sonnen... Sonnenfeuer oder... Mondfeuer kaputt machen. Ihr fahndet hierher, weil ihr zu denen gehört, die in einer mit Blindheit gestraften Welt sehen können! So... Bum... 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 Ah, das ist ein bisschen Damage, ne? Bum... 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 Mal gucken, ob die immer noch rumbacken hier, die Caster... Seit 7.03 haben die... die Feindlichen, also die Horde Caster, einen immer weg teleportiert... Das war richtig nervig... Aber ich denke mal, jetzt dürften wir verringerte Aggro-Range haben... Ja... Dann kommen wir hier nicht in Fight mit denen, alles klar... Alles klar... So, jetzt darf nur... keine Gruppe aufgehen, während ich auf dem Schiff bin, weil das wär nervig... Feuer frei... Jo... Passt... Go... Pew... 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 Haltet eure Mützen fest! Was in aller Welt ist das? Mein Fernglas, Matrose! Bei meinem Barte! Horde auf Kollisionskurs! Erde auf Kollisionskurs! Ausweichen! Ausweichen! 3... 2... 1... Feuer! Epp, 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 epp... So, jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwas auf der Kamera Bug ist... Oh, die sind langsamer... WTF? Nicht für wen ihr euch haltet, aber ich habe eine Rechnung mit Arthas offen... Und ihr haltet mich nicht auf! Feuer frei! Feuer! Feuer! Ey, was scheiße rum, wir haben schlägst gewonnen! WTF? WTF? So... 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 Okay... Shit... Der Bug ist da... Ähm... Oh... Aber vielleicht geht er ja weg, wenn wir hier äh... Ladebalken kriegen... Schauen wir mal... Wir kriegen die Dungeons, wenn wir Schallaran... Das Drill komplett durchmachen... Ja... Die Main Quest... Mist, das geht jetzt nicht... Warum? Okay... So, was ich vielleicht auch noch ausprobieren könnte, ist ähm... Das Dickicht auf HC anzumelden, aber ich glaube nicht, dass das denn da lupen kann... Wir könnten ausprobieren, nachdem wir äh... in Dingens drin waren... äh... in ICC... Dass ich einfach so mal reingehe, in der HC-Version davon... und äh... werden wir das hier sehen... Oh... 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 Alter, der Mage... der haut rein... Ich packen wir da auch mal Sicherheitshalber weg, weil wir dich nicht verkaufen wollen und ich auch nicht. Was sag ich? Unsere Quest. Eine Stunde. Wir wollen vielleicht noch einen mal gucken. Oh shit. Kein Skipperuni. Ich muss zuerst kommen. Ich muss zuerst kommen. Kann man die nicht abbauen? Ich muss zuerst kommen. Ich muss zuerst kommen. Ich muss zuerst kommen. Ich muss zuerst kommen. Wir müssen vielleicht auch mal unsere Talente umarbeiten. Damit die Dots hier länger... Obwohl, haben wir das Talent nicht? Oh, hab ich gespürt. What the fuck? Ich muss zuerst kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können. Ihre Hauptstreit macht so lange beschäftigt. Was war das? Arkane oder Natur? Leben. 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 Der König lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Er weiß nicht, mit welchen Mächten er spielt. Habt erwarten. Ihr habt uns schon an unser Essen genommen. Was war das? Was war das? Wie war das? Was war das? Genau. ja nach fahrt das shit So, jetzt tankt ihr richtig rum. Richtig rum. Richtig rum. Aha. Nein. Come on. Siehst du, das könnten wir in unsere Feralwaffe reinhauen. Ohohoho. Unsere Feral. Oh shit. Too much. Too much. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das ist deprimierend. Und immer noch wegen der Quest. Oh shit. 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 So. Oh shit. 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 Hü-hü-hü-hü. Hü-hü-hü. 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 Hü-hü. 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 Hü-hü-hü. Hü-hü-hü. Hü-hü. 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 Untertitelung. BR 2018 Wir haben keine Zeit mehr. Oh. 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 Ich bin schon spät, ich denke mal die Konzentration ist auch nicht mehr so duftig. So ein paar Aussätze. Ich bin schon spät, ich muss euch hier verlassen, aber wisst ihr, ich habe eure Taten mit Stolz vertraut und bin sicher, dass diese entscheidende Stunde in fähigen Helfer ist. So, also was ich hierzu? Ich bin schon spät, ich bin schon spät, ich habe mir wirklich gewollt. Ooooooh Oh no, burning hate! Burning hate on me! What will I do? Agree every time! Yoni! Yoni! Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich meinen Hammer überlasse. Die Erde bewegt und trägt auf meinem Befehl. Was ist denn das? Oh boy, die Positionierung, Wahnsinn. Was macht der denn da? Natürlich funktioniert das Ding jetzt nicht. Die Erde bewegt und trägt auf meinem Befehl. Die Erde bewegt und trägt auf meinem Befehl. Ich bin der Auserwählte. Da gibt es nicht mal einen GG für. Und ihr seid diesem Anspruch nicht erwachsen. Goddammit. So, dann mal weiter mit ICC. Sollte jetzt relativ lockig durchgehen. Ich bin der Auserwählte. Ich bin der Auserwählte. Wow. четверth Auserwählte. Wait, ich bin der Auserwählte. Ich bin der Auserwählte. So, Feuer frei. O'Neil. 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 Hallo. Oh, das ist zu schnell abgeflaut. 24 Millionen Damage. Ooooooh. Äh. 24 Millionen Damage. Weiß jemand denn. Das war zur Anfangs, Junge. Hordenkommandante des Zorns. Welch tragisches Ende. Was zur... Da am Horizont. O'Neil. O'Neil. O'Neil des Lichtkönigs. Der beobachtet uns. Legendary Eaton in Legion als Vault Drop. Eure Meinung. Oh, von Kachin. Und dem liest man auch öfters was im Forum. Blablabla. Hallo. Wie ihr vielleicht wisst, werden Legendary Items in Legion als... Was? Als Vault Drops droppen. Die werden... Die höchsten Item Level... Was? Diese werden ein höchstes Item Level als die normalen Items besitzen. Ein höheres Item Level als die normalen Items besitzen. Ähm... Und... Einen guten Effekt für die Fähigkeiten der Gewehr. Meiner Meinung nach habe ich etwas Angst, dass die Random Legendary Pflicht in... Ja, sicherlich wären die Pflicht. Weil die sind best in Slots teilweise. Also... Ich weiß gar nicht was du da... Aber ich fühl's bestimmt schwieriger als... Ne... Wieso soll's schwieriger werden? Die sind RNG. Du kannst die nicht... Naja... Den kann man sie farmen. Man könnte sie... Durch Mythisch Plus farmen, weil sie dort ähm... Höhere Drop Chance haben als überall... Als überall anders. Also... Man hat höhere Drop Chance auf dem... Random Legendary. Auf höheren Schwierigkeitsgraden als auf geringeren Schwierigkeitsgraden. Deswegen... Kann man sie, wie gesagt, bedingt auf Mythisch Plus fahren. Ähm... Ich werde eure Güte... Nicht vergessen. Ich danke euch... Oh Heil... Oh... Hau da... Du warst immer mein Liebling... Neben Moda Wien... Die gute Nachricht ist... Dass du so viel Gas hinterlassen hast... Ich konnte es praktisch... Erwecken des Begräbnis... Eines Helden... Oh... 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 Den Bug haben sie immer noch nicht gefixt... Ah... Plus Blizzard... Plus Fix... Auch wenn es keine Priorität hat, aber... Plus Fix... Jaina... Warum weint ihr? Jaina... Ahhh... Fça-Faça-Faça... Justice! Ahh... Vielleicht halten darüber... ...Weiss ich bin nur stolz auf meinen König... Ich muss zuerst auch zweit führen... Nachher quarantines differenziert... Won't you? B Gehst du mal bald auf? Du vermallest eites Tor. Geht doch. Wir haben doch keine Sword. 4-0-4 Sekunden. Na, da geht noch was. Da geht noch was. Wenn man das richtig treibt, dann kriegt man bestimmt auch ein 0-0 erreichen. Und dann kriegt man ein 0-0. Altrups, die eine Chance haben auf 12, wir haben schon mal die Pflicht einzustufen. Was sind das? Joa. Also wie gesagt, Mythic Plus hätte man gute Chancen, oder was heißt gute Chancen? Höhere Chancen, als wenn man sich irgendwo in der Welt hinstellt und dort was abfahren. Und ich glaube in Raids zählt das genauso. Da haben höhere Schwierigkeitsgrade selbstverständlich eine höhere Dropchance auf Legendaries als niedrigere. Törichte Sterbliche. Ihr glaubt, wir wären so einfach besiegt? Die Sunline sind die unsterblichen Soldaten des Lichtkönigs. Seht nun ihre vereinte Macht. Erhebt euch, Brüder, und vernichtet unsere Feinde! Mh, mh, mh. Oh. Naxana war nur ein Rückschlag. Er macht der Kugelwitfaller nach seiner Rache. Oh, meine Königin. Mhm. Huch. Achja stimmt ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz frei, weil ich so viel Scheiß in meinem Inventar drin hab. Ah. Naja. Dies. Wir müssen mal hier kurz ein bisschen was verkloppen. Was ist der BOE? Ne. Okay. So, dann können wir das hier fix auch noch, zack. Halt, siehste. Naja. Naja. Hier sind Bankfach. Siehste, da sind auch noch ein paar Slots frei geworden. Naja. Und dich noch. 50.000. Ah, jetzt haben wir ein bisschen über die Hälfte von dem was wir brauchen für den Kugel-Erfolg. Puhhaha. Ah. Joa, ne. Nächstes Ding brauchen wir auch wieder 10.000 Jahre. Vier Tage, viereinhalb Tage. Ne, das sind sogar fast 5 Tage. Vier Tage, 21 Stunden, ja. 5 Tage pro, pro Forschung. Hm. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir den Drachenfolger kriegen nach Heilig. Hello. Unklug gefällt. Aber, wir haben uns doch so gut verstanden. Haben wir das? Okay. Das ist News to me. News. Man kann jetzt mit dem Gleiter, hätte man jetzt auch dort reinfliegen können und dann direkt zu sein Dragoza gekonnt. Aber, ne. Wir machen sowas nicht. Das wäre nicht gut, Chabak-Using und so. Lieber sterben, als einen weiteren Tag Reagenz hier für diesen, ihren Finkelstein zu besorgen. Genug Geplänkel. Unsere Champions sind hier. Helft ihnen, während wir unseren Weg durch die Halle warnen. Wer helft ihnen? Ich hab jetzt schaffen das hier nicht. Wir haben ganz große Probleme mit dem Mops klar zu kommen. Mh. 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 Feuere Verstärkung wird bald da sein. Feuere, Feuere, Feuere. Feuere, Feuere, Feuere. Bobo. Ja, dann lasst sie mal hier runterkommen. Wahlnah. Nimmst den Tod gleich. Hohohohoho. What? Erfug. Wollte schon sagen. Kript und guck. Bam. Eine Gefluggespräch clothes Vernichtung des grünen Drachens, ok? Wow, fast voll! Bam, fertig. Tchohoho! 11 Sekunden. Ja gut, hätten wir die Schnelle umgehauen, dann wäre das wahrscheinlich noch besser gekommen. Halt, Loot! Loot 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 Loot! Loot nicht vergessen! aber sowas von wir werden fallen schnell 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 schade ich hätte gedacht wir kriegen das unter 50 minuten fertig aber du musst einfach mal ein mund kennengestellt gehen um oder damals ich bitte ich bitte du bist du ich bin stahl ich bin gummi du bist da so wir im instant stellen stellen vorher ganz vergessen das wäre schneller gegangen das wird deutlich schneller gegangen aber ich habe leider geschlafen im wahrsten sinne soo jupplopp obere spitze plopp kchm 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 du 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 dumm der viel gerühmte streiter des lichts ist jetzt eigentlich 52 million ein mythic boss ein mythic boss wir werden euch schnell töten arthas eine gnade die ihr den zahllosen versagt hat die ihr ermordet habt Ihr werdet ihre Qualen bald am eigenen Leid erfahren. Ihr werdet um Gnade betteln. Vergebt eure Schmerzensschreie. Werden meine grenzenlose Macht bezeugen. 4, 3, 2, 1. Yo. Dots. Vollmond. Und tot würde ich sagen, ne? Mit den 2 Bums hinterher. Oh ne, es hat nicht erreicht. What? Es hat nicht erreicht. What the fuck? Okay, so. Dürfen wir warten. 2 Minuten 35 Sekunden. Schlechtdance. Ist es wirklich Rechtsanheit, die euch treibt? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ihr habt sie gut ausgebildet vorbringen. Die größten Kämpfer, die diese Welt je kannte. In meinen Händen. Genau wie ich es geplant habe. Für euer unwissentliches Opfer sollt ihr belohnt werden. Seht her, wie ich sie zu Anführern der Geißel wieder erwecke. Das passiert ja gar nicht. 100 Prozent, mein Freund. Oh, wir haben hier 2,2 Mille. Der Buff ist so stark. Na gut, Gesundheit 30 Prozent erhöht, ne? 2,2 Mille. Pff. Crazy Shirt. Wenn es festliche Ironie liegt, schenkt mir eine letzte Segen. Gib mir die Stärke, diese Fässer zu zerreißen. Unmögliche. Impossibru! Er hat Schatten gekriegt. Der Deppert. das seine seele und moped okidoki dann würde ich mal sagen dankeschön fürs zuschauen und bis